Liebe Freunde, liebe Geschwister, ich würde gerne heute mit Ihnen einige Gedanken zu dem Lebensweg teilen. Und zwar, wo zwei Wege sich kreuzen und zu einem gemeinsamen Weg werden. So ist es bei einigen in uns in unserem Leben, dass wo Menschen sich kennengelernt haben und die Wege sich gekreuzt haben und nicht auseinandergegangen sind, sondern zu einem gemeinsamen Lebensweg geworden sind, so genauso übertrage ich auch auf diese Beziehungen, nicht nur zwischen Menschen auch, zwischen Menschen und Gott. Das Volk der Juden wurde verschleppt, entwurzelt und in Gefangenschaft nach Babylon verfrachtet, kann man so sagen, geführt, weggeführt. Und so saßen sie da alleine und sagten, denkt Gott überhaupt noch an uns? Liebt er uns? Wie steht er zu uns? Solche Fragen beschäftigte sie, klar, in der Gefangenschaft. Der Tempel war nicht verhandelt. Sie hatten keine Gottesdienste. Sie konnten nicht die Gemeinschaft miteinander vernünftig pflegen, nicht die Gottesdienste feiern. Und so macht sich Gott mit ihnen auf den Weg. Und so werde ich heute gerne aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 13 und 14 uns vorlesen. Vorlesen und dann darauf intensiver eingehen. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Sie haben ihre Geschichte, ihre Biografie. Sie waren nicht immer Gottgehorsam und nicht immer haben sie das Wort Gottes respektiert. Dennoch hat Gott sie nicht vergessen. Er schickte Propheten Jeremia und damit er zu ihnen spricht. Und so, genauso wie wir machen unsere persönlichen Erfahrungen im Leben, wie das Volk der Juden damals, genauso wie heute. Und dann, durch die Geschichte unseres Lebens, entwickeln sich Gedanken in unserem Kopf. Denkt Gott überhaupt noch an mich? Kann es sein, dass er mich vergessen hat? Und so erzählte mir ein Vater von einer Begebenheit mit seinem Sohn. Teenager, Alter sind die Kinder auch nicht immer so einfach zu handeln. Das wissen wir aus unserem Leben, ich weiß aus meinem Leben. Und so, der Vater hat sich entschieden, eine besondere Erziehungsmethoden an seinen Sohn anzuwenden, weil er genervt war. Und er sagte, weißt du, mein Sohn, Gott hat so ein großes Buch. Auf einer Seite steht der Name drauf. Und auf anderer Seite steht alles geschrieben. Du hast gestern deine Mutter beleidigt, warst du ungehorsam. Da hat Gott eingetragen. Das Weitere hat Gott eingetragen. Gestern hast du einen Jungen geschlagen und hast behauptet, dass er selbst schuld daran sei. Der Junge schaute seinen Vater an, ein paar Minuten, und sagte, Papa, trägt Gott nur schlechte Dinge in das Buch rein oder auch gute Dinge? Und was ist mit diesen Dingen, die schlecht waren? Sind sie löschbar oder bleiben sie für immer da? Wenn Gott vergeben können, oder bleibe ich immer mit dieser Angst leben müssen, dass alle meine Sünden eingetragen sind? Und irgendwann kommt die Abrechnung, die dicke Rechnung. Der Vater blieb nichts anderes, als zu sagen, Ja, mein Junge, ich habe eins verschwiegen. Wenn Gott vergibt, dann reinigt uns. Und die Sünden verschwinden aus diesem Buch. Im ersten Brief des Apostel Johannes, Kapitel 1, Vers 9, steht geschrieben, Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns vor jeder Ungerechtigkeit. Und so bekam der Junge ein ganz neues Bild von Gott und Beziehung zu Gott. Und so genauso mussten Juden kennenlernen, dass Gott ein ganz anderes Bild von ihnen hat, als sie hatten und dachten. Und so erstens macht sich Gott zu uns auf den Weg. Gott macht sich auf den Weg zu uns. Vers 13 wiederhole ich nochmal. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mir ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt. Gott macht sich auf den Weg. Er ist nicht in einer passiven Erwartung und Beobachtung, sondern er macht sich explizit auf den Weg, damit die Israelis oder Juden, genauso wie wir heute, er macht sich zu uns auf den Weg, damit wir seine Gedanken kennenlernen und gemeinsam mit ihm unsere Zukunft gestalten können. So erzählte mir ein Mann und sagte, nein, nein, so ist das nicht. Gott hat schuf die Himmel und Erde und hat uns einfach jetzt im Stich gelassen. Er beobachtet nur uns und er schaut uns zu, aber er handelt nicht mehr und er greift nicht mehr in unser Leben hinein. Da fragte ich ihn, sag mal, ist es die Wahrheit oder dein Empfinden? Und er sagte zu mir, wenn es mein Empfinden ist, dann ist es Wahrheit. Also ist das so? Fragte ich ihn. Oder gibt es auch andere Wirklichkeiten, die du eventuell ausgeblendet hast? Gott hat das Volk, jüdisches Volk, nicht vergessen die Gefangenschaft. Er machte sich auf den Weg und so musste Jeremia diese Botschaft bringen. Sie saßen da, sie hatten keine Hoffnung, keine Perspektive und Jeremia sagt zu ihnen, ihr sollt Gott suchen, er lässt sich finden von euch. Ihr sollt da vor Ort sein und beten und durch eure Gebete die Pläne Gottes unterstützen. Liebe Freunde, durch unsere Gebete unterstützen wir die Pläne Gottes. Gott ist nicht in passiver Erwartung, Beobachtungshaltung, sondern er wird stets bei dir sein, er wird dich nie verlassen. Und genauso macht sich Gott auch zu uns auf den Weg, egal in welcher Lebenslage wir uns befinden. Es ist wichtig und gut, genauso für sie war wichtig und gut zuzugeben, dass sie Hilfe Gottes brauchen. Das ist geistliches Wachstum, wenn ich zugeben kann und sagen kann, Ja, ich bin auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und genauso mussten sie zugeben und sagen, ja, ich bin auf die Hilfe Gottes angewiesen. Gott möchte, dass wir in seine Pläne eingeweiht sind, sie erkennen und mit ihm zusammen unser Leben und Leben uns umgebendes Umfeldes auch mitgestalten. Und so macht sich Gott auch zu uns auf den Weg. Er spricht zu uns. Er spricht zu uns durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Wenn du die Bibel öffnest, deswegen sagt man, gib so einen Spruch, Je öfter ich die Bibel öffne, desto mehr öffnet sich die Bibel mehr. Das heißt, je mehr lese ich im Wort Gottes, studiere, desto mehr beginne ich zu erkennen, was Gott denkt und wie er denkt. Der Herr, unser Gott, spricht zu uns durch den Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt, weil wir Kinder Gottes sind. Er spricht zu uns, zu unserem Geist. Wir erleben das. Er spricht zu uns durch unsere Menschen. Er spricht zu uns durch die Schöpfung, durch die Natur. Bei mir ist das so, ich bin Allergiker, leider leide ich unter Allergien und wird gebetet für mich. Ich nehme Medikamente und ab und zu gibt es solche Phasen bei mir, so von Januar bis April, habe ich jedes Jahr eine Quarantäne. Das heißt, ich kann kaum Räume verlassen, sonst müsste ich zusätzliche Medikamente nehmen. Und so schaue ich die Natur aus dem Fenster meistens und dennoch genieße ich sie. Oder ab und zu im Fernseher schalte ich Dokus ein, schaue auch die Natur an und sage ich, wie wunderbar hat Gott die Natur geschaffen. Und das spricht zu mir, den Gesang der Vögel, auch das Rauschen des Windes. Er spricht mich an und sagt, Gott spricht zu mir auch durch Natur, wenn ich auch nicht immer sie genießen kann. Gott spricht zu mir auch durch Musik, durch Gedichte, durch Bücher lesen, überall, durch andere Menschen, durch jede Begegnung. Mein Schöpfergott ist überall, er ist immer dabei. Er wird uns nie verlassen, das hat er fast versprochen. Und so kann ich mich auf sein Wort verlassen. Er ist in jeder Situation meines Lebens und er möchte, dass wir die Perspektive des verzweifelnden Seins verlassen und uns ihm zuwenden. Er hat sich zu uns auf den Weg gemacht. Und genau so noch intensiver betont der Prophet Jesaja im Alten Testament, was es bedeutet, dass Gott an uns denkt. Und diese Bibelstelle würde ich uns gerne vorlesen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 27 bis 31. Warum sagst du also Jakob und du Israel? Der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht mal gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Schöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Was wäre eine Zusage? Hast du nicht gehört, dass dein ewiger Gott nicht müde wird? Er schläft, er schläft nicht, er schlummert nicht, er schläft nicht, um nur Schlechtes in das Buch des Lebens einzutragen, sondern er schläft und schlummert nicht, um dir beizustehen. Gestern rief mich eine Person an und fragte, Johannes, wann kommt Jesus? Kommt er bald? Ja, sage ich, er kommt bald. Wir erwarten seit 2000 Jahren Wiederkunft Christi. Aber für mich könnte er auch schon morgen kommen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann er kommt. Jesus hat gesagt, niemand weiß das außer dem Vater. Und wenn die Zeit kommt, erkennen wir. Kommt die Verfolgung jetzt auf uns zu? Ich sage, weißt du, wenn die Zeit kommt, dann wird Gott dich auch dafür vorbereiten. Du bist nicht alleine. Du bist nicht auf ihn, dich alleine gestellt ist, bei dir zusammen, genauso wie damals mit dem jüdischen Volk, genauso wie er am Krankenbett mit Menschen ist. Er hat sich auf den Weg gemacht. Das ist der erste Schritt. Gott macht sich auf den Weg zu uns. Zweitens, wie machen wir uns auf den Weg zu Gott? Wenn ihr mich sucht, werdet ich mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt. Was heißt das Verlangen mit dem ganzen Herzen? Er meinte, schaut mich doch an. Schaut doch mich an und schaut doch hinter den Kulissen. Nicht nur, was vor Augen ist, sondern hinter den Kulissen. Schaut mal mit dem Herzen des Glaubens an die Möglichkeiten Gottes. Das ist eine himmlische Perspektive. Wie machen wir uns auf den Weg zu Gott? Auf den Weg zu Gott sich zu machen, bedeutet, ich suche Gemeinschaft mit Gott. Denn wir als Menschen wurden dazu geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nun, die Sünde von Adam und Eva, die Sünde hat damals den Zugang zu Gott betrübt. Aber ein Mensch wurde geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist unsere Bestimmung, eine gute Beziehung mit unserem Schöpfer Gott zu leben. Ein gutes Beispiel oder Vergleich nehmen wir aus der Begegnung mit dem verlorenen Sohn. Er musste sich auf den Weg machen. Er sagte, ich mache mich auf den Weg. Ich gehe zum Vater. Ich entscheide mich, auf den Weg zu machen. Liebe Freunde, wir sind dazu geschaffen, Beziehung zu Gott zu haben. Und durch Jesus Christus haben wir neuen Zugang zum himmlischen Vater. Und deshalb, das Gebet ist ein bedeutungsvolles Handeln, das den Raum und Zeit durchdringt und bis zum Thron Gottes kommt. Und deswegen nutze ich ganz gerne das Gebet. Das Gebet hat keine Funklöcher, keine Netzunterbrechungen. Das Gebet erreicht den Thronsaal Gottes und der Herr, unser Gott, erhört unser Gebet. Wir machen uns auf den Weg und wir unterstützen durch Gebete den Plänen Gottes und sagen, wir wollen es. Genauso noch einmal wie der verlorene Sohn. Er sagte, ich stehe auf. Ich mache mich auf den Weg zum Vater. Das ist der Weg des Glaubens. Ich stehe auf. Ich mache mich auf den Weg. Das ist der Weg des Glaubens. Es gibt auch andere Wege des Glaubens, dass ich meine Gedanken, meine Sicht der Dinge überdenken sollte. Genauso wie der verlorene Sohn aus Lukas Evangelium. Er musste seine Sicht der Dinge überdenken. Er sagte, was habe ich bei Schweinen zu suchen? Bei meinem Vater ist so viel die Möglichkeit. Ich gehe zu meinem Papa. Und genauso sein Bruder, der Älteste, musste auch seine Sicht der Dinge überdenken. Sein Vater hat dem verlorenen Sohn schon längst alles vergeben. Aber für seinen Bruder war er immer noch Sünder und Versager. Er hat immer noch seine Sicht der Dinge. Liebe Freund, wenn Menschen über dich denken, dass du immer noch Versager und Sünder bist. Und wenn du bei Jesus bist, er hat dich vergeben. Ändere deine Sicht der Dinge. Du bist in Jesus verwurzelt. Aus deinem Buch wurde der Sünder gelöscht. Aber wenn du über andere denkst, sind noch immer Sünder und Versager, dann empfehle ich dir auch deine Gedanken, ohne deine Sicht der Dinge zu überdenken. Wenn Gott vergibt, sollen wir auch loslassen. Wir sind nicht diejenigen, die nachtragen, sondern diejenigen, die die Vergebung genießen und Erlösung gemeinsam gestalten. Ich muss auch meine Sicht der Dinge in meinem Leben nicht nur einmal überdenken. Es war so, wenn Menschen zu mir kamen und wünschten sich, sie waren krank, wünschten sich ein Gebet, und in meinem Kopf habe ich schon festgestellt, wie das Ergebnis sein sollte. Da betete ich für die Leute und erwarte genau das, dass es passiert, wie ich das mir vorgestellt habe. Hm, leider passiert das nicht so, wie ich mir vorstelle, sondern wie Gott das will. Ab und zu dachte ich mich, habe ich so einen mächtigen Glauben. Da passiert gar nichts. Das nächste Mal habe ich gefühls keinen Glauben, gefühls keinen Glauben, ein Wunder geschieht. Es kommt nicht von meinem Gefühl, sondern von Zusagen Gottes. Er erfüllt nicht meine Wünsche, sondern seine Verheißungen. Ab und zu, wenn ich um Erziehung unserer Kinder ging, habe ich mir vorgestellt, wie das Ergebnis der Erziehung aussehen wird. Soll ich euch was sagen? Schade, hat nicht funktioniert. Und wenn ich auch mit Menschen im Gespräch war, dachte ich mir, sie müssen mich genauso eins zu eins verstehen, was ich sage, leider klappt es nicht. Schade, dass es so nicht klappt. Deswegen habe ich gesagt, es ist doch besser für mich, nicht zu warten, bis andere sich irgendwann verändern, sondern sagen, ich bin bereit, mein Leben in die Hand zu nehmen und nicht warten, bis das alles sich verändert, sondern jetzt schon gestalten. Ich mache mich auf den Weg zu meinem Schöpfergott. Ich überdenke meine Ansichten und gehe den Weg des Glaubens und erwarte uns, was der Herr für mich vorbereitet hat. Er hat mich nicht vergessen, egal was ich fühle. Und genauso du, egal was du fühlst, er hat dich nicht vergessen. Und ich ermutige ihn dir noch einmal, wenn Menschen zu dir kommen und immer wieder die alten Sünden ausgraben, dann lass sie los. Ich liebe die Aussage aus dem Propheten Micha im letzten Kapitel, wo er sagt, wo ist so ein Gott wie unser, der die Sünden vergibt und in die Tiefe des Meeres wirft. Und Willem Busch ergänzt diese Aussage, und da ist Angeln verboten. Also, Angela, nicht in deine Vergangenheit. Mach dich auf den Weg, genauso wie der verlorene Sohn. Steh auf und sag, ich gehe den Weg des Glaubens und ich verändere mein Denken und ich werde eine neue Perspektive für mich erschließen. Und jetzt, drittens, Gottes Wege und unsere kreuzen sich und werden zu einem gemeinsamen Weg. Gott, der Herr, hat gute Gedanken über uns. Gutes über sich und andere zu sagen, setzt voraus, Gutes zu denken und Gutes zu wollen. Deshalb, Gott denkt gut, er will Gutes, deswegen spricht er gut über uns. Ich lese nochmal den Vers 14 aus Jeremia 29, Vers 14. Werdet ihr mich finden? Ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Gottes Sicht der Dinge. Gott hat tatsächliches, objektives Bild über dein und mein Leben. Egal, in welcher Lage du dich befindest, egal, in welcher Lage sich das Volk der Juden befand, Gott hat sie nicht vergessen. Und genauso bei dir. Egal, in welcher Lage du dich befindest, sei es sehr guten oder weniger guten, Gott vergisst dich nicht. Wann und wo kreuzen sich unsere Wege? Unsere Wege kreuzen sich mit Wegen Gottes unter dem Kreuz von Golgatha. Und das verhindert alles. Das entscheidet alles. Und wir müssen nicht mehr lange warten, bis wir im Himmel sind, zu erfahren, was ist unser Auftrag auf dieser Erde, was haben wir zu erfüllen, sondern wir können jetzt schon mit ihm Seite an Seite seine Wege erkennen, die für uns bestimmt sind und mit ihm zusammen unsere Zukunft gestalten, im Reich Gottes mit Menschen aktiv unterwegs sein. Wir müssen nicht warten, bis wir bei ihm sind, um zu erfahren, was er schon jetzt geplant hat, sondern wir können jetzt schon tun, weil unser Weg zu einem gemeinsamen Weg geworden ist. Wir gehen Seite an Seite mit ihm zusammen. Da saßen zwei Männer und diskutierten miteinander und einer sagt, ja, ich stelle mich so vor. Wir kommen im Himmel, der Richterstuhl Gottes, er sitzt auf dem Stuhl, wir stehen vor ihm und er sagt, links in der Hölle, rechts in den Himmel, rechts in den Himmel, links in der Hölle. Und der andere sagt, nein, ich habe ganz andere Vorstellungen. Welche denn? Und er meinte, wir stehen vor Gott, hinter ihm ein großer Vorhang. Und dann winkt er mit seinem rechten Arm, hinter dem Vorhang kommen glänzende, schöne Gestalten und stellen sich vor uns. Und dann fragen wir, wer ist das? Und Gott gibt mir zur Antwort, das bist du. So habe ich dich geplant, so habe ich dich gewollt, so wärest du, wenn du mir gehorsam wärst. Warum soll ich bereuen später? Dann fangen wir an zu bereuen. Warum später zu bereuen, wenn wir jetzt schon bereuen können? Und Jesus Christus ist für uns gestorben, und auch verstanden, wir nehmen das an. Und liebe Freunde, ich wiederhole gerne, ich lebe sehr gerne, ich liebe das Leben, aber ich freue mich, dass ich nicht nur für diese Erde geschaffen bin. So erheben wir unseren Blick zum Himmel. Und dann, wenn wir das tun, erkennen wir, wofür wir auf dieser Erde da sind. Es ist gut, dass wir vorübergehend auf dieser Erde sind. Aber wir sollen das Leben genießen. Ich erzähle zum Schluss eine Geschichte, die persönlich mich sehr inspiriert hat. Meine liebe Irena sagte mir, erzähl auch über wen die Geschichte sich handelt. Meine Schwiegermutter, sie war sehr gottesfürchtig. Sie hat acht Jahre in Arbeitslager in Sibirien zugebracht. Ihre Schuld war eine Volkszugehörigkeit. Das war ihre Schuld. Sie verbrachte acht Jahre in Hunger- und Notverfolgung. Und dann, als das Stalins-Regime vorbei war, wurde sie dann entlassen. Sie zog groß, vier Kinder ohne ihren Ehemann, in Armut und Not. Sie opferte ihr Leben. Sie war wirklich gottgegebene Frau. Und dann kurz vor ihrem Sterben besuchten wir sie mit Irena. Und sie bat alle Menschen rauszugehen. Und mich gebeten hat, sie zurückzubleiben. Und so war ich bei ihr zusammen mit ihr. Und sie fragte mich, Johannes, bin ich ein guter Christ? Werde ich dem Herrn gefallen? Wird er mich annehmen? Ich habe Angst und Zweifel. Ich weiß nicht, ob Jesus Christus mich annehmen wird. Sie ist Alwina. Ich schaute sie an und sagte, Alwina, wenn wir Leistungsglauben hätten, dann würde ich sagen, hättest du das auch schon verdient. Aber wie gut, dass wir kein Leistungsglauben haben, sondern Beziehungsglauben haben. Beziehung mit Jesus Christus. Ich habe ein paar Fragen an dich. Die erste Frage, bist du Geschöpf Gottes? Sagt sie ja. Die zweite Frage, bist du Tochter Gottes? Sagt sie ja. Und weil du Tochter Gottes bist, ist dein Name im Buch des Lebens eingetragen. Deine Sünde sind weggewischt. Dein Versagen ist nicht mehr da. Du hast doch Buße getan. Na ja, sagt sie. Ja, schau mal. Als die Jünger ausgesandt worden sind und zu Jesus zurückkamen und sie sagten, ach Jesus, wir freuen uns. Dämonen sind uns untertan. Wir haben Menschen geheilt. Jesus sagt, freut euch nicht darüber, dass Dämonen euch gehorchen. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens eingetragen sind. Und so konnte ich zu ihr sagen, dein Name ist im Buch des Lebens eingetragen. Und weil du zweifelst, wie zweifle ich, zweifle auch. Leben bedeutet auch zweifeln, aus unseren Zweifeln, wie quasi herausspringen und zum Glauben zu kommen. Jesus erwartet dich als Tochter Gottes. Er wird dich aufnehmen, eine treue Frau Gottes. Du hast so viel für den Herrn getan. Und er liebt dich nicht, weil du so viel getan hast, aber deine Werke folgen dir. Und ein paar Stunden später ging sie zum Herrn, mit fröhlichem Herzen zum Herrn. Und ich dachte, wie gut das ist, dass wir einander beistehen. Wie gut, dass unser Leben auf dieser Erde wir nicht alleine führen müssen. Dass unsere Sehnsucht nicht nur auf dieser Erde beschränkt ist, so kreuzen sich Gottes Wege mit meinen Wegen. Und sie werden zu einem gemeinsamen Weg bis in die Ewigkeit. Er wird nicht unterbrochen. Der Herr, dein Schöpfer, wird dich nicht verlassen. Er hat sich auf den Weg gemacht zu dir. Mach dich auf den Weg zu ihm. Und es wird ein gemeinsamer Weg zu Ehre Gottes und zu deiner Freude. Und so möchte ich jetzt zum Schluss beten, aber bevor ich bete, möchte ich dich ermutigen, wenn du Kind Gottes bist und Zweifel hast, dann verlasse die Zweifel, spring aus sie heraus und geh auf den Weg des Glaubens. Wenn Zweifel dich ganz tief im Loch halten, spring heraus oder bitte den Herrn, dass er rauszieht und geh den Weg des Glaubens. Du hast keinen Leistungsglauben. Du hast Beziehungsglauben zu deinem Schöpfergott. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast und sagst, mein Weg ist noch alleine, dann lade ich dich jetzt ein und sage, strecke deine Hand aus. Jesus ruft dich und lass deinen Weg mit seinem Weg sich kreuzen unter Kreuz von Golgatha. Und wenn du magst, kannst du mit mir jetzt beten. Da, wo du bist, ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das Angebot, was du mir und uns geschenkt hast. So segne uns, allmächtiger Gott, mit Kraft und Autorität, mit Liebe Gottes. Und wenn du kein Kind Gottes bist, dann sprich mit mir dieses Gebet. Jesus Christus, ich entscheide mich heute, mich auf den Weg zu dir zu machen. Du hast dich auf den Weg zu mir gemacht. Und so entscheide ich mich jetzt, mich zu dir auf den Weg zu machen. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und meine Schuld und reinige mich von jeder Ungerechtigkeit. Ich will, dass mein Name im Buch des Lebens eingetragen wird. Ich strecke mich aus nach dir und ab heute will ich dein Kind sein, mit dir gehen. Danke, Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Und wenn du Kind Gottes bist, dann segne ich dich jetzt, Jesus Christus, ich segne meine Geschwister, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommt, und dass die Not und Leiden an diesem Ort, wo sie leben, gemildert wird oder weggenommen wird. Ich segne kranken Menschen, dass sie gesund werden in Jesu Namen. Die Menschen, die Angst haben, die Angst, soll sie verlassen im Namen des Herrn. Und wo sie Panik haben, die Panik, soll sie verlassen, sollen frei sein. Die Söhne und Töchter Gottes, weil du uns liebst, allmächtiger Gott. Wir sind in deiner Hand und du lässt dich von uns finden. Amen. Amen.